Hey Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem YouTube-Sendel GamerClouds. Es ist endlich soweit. Super Mario Bros. Wanda ist draußen und wir wollen es uns natürlich nicht nehmen und dieses wunderbare Spiel zocken. Ich begrüße mich so, dass ihr da seid und eingestellt habt. Mein T-Shirt passt ganz gut. Und da sind meine Käppi, die Wieser, Käppi und Super Mario. Und mein T-Shirt auch, denn es kann sich das mal zeigen. Hier kann man es einigermaßen sehen. Ich habe ein Mario-T-Shirt an, was sehr, sehr witzig ist. Ja, liebe Leute, das hatten wir Super Mario Bros. Wanda an diesen Let's Play Doors. Ein sehr tolles Game. Ich habe es hier heute am Release erst mal ein bisschen angetestet und ist sehr schön. Wir machen jetzt ein neues Spiel. Spiels alleine. Und ja, das Besondere an den Games, die ganze Charaktere hier, Mario, EZ, Pete, Daisy, Gelber Toad, Blauer Toad und Toadette sind alles normale Spieler. Ich habe mal mit Siri angegangen. Sind alles normale Spieler. Heißt, da haben es keine besondere eigenshaften, können irgendwie nicht besonders hoch rüpfen oder sonst was. Einfach alle ganz kleine Basic. Die Kandidaten hier sind ein bisschen besonders. Die haben einen einfacheren Modus. Nehmen baldbeweise keinen Zaden. Nutzen aber auch keine Power-Ups. So. Die sind ja eher so für die jüngeren Leute und der Corsal-Spieler und für die ganzen normalen T-Corsal-Spieler. Sind eher die Charaktere hier da. Ja, macht heute auch ein bisschen weniger Spaß, ne. Jetzt ist die Frage, wie man vorgehen. Ich habe eigentlich voll Bock, einfach diese Charaktere mal auszuprobieren. Aber da kann man halt keine Items nutzen. Gerade Items ist eine coole Sache. Die ist, ähm, oder Power-Ups. Ich soll mal zeigen, weil es wegen dem Start ist. Aber mit Mario, man kann es auch immer ändern. Oder wenn man beim Level nicht weiterkommt, kann es dann quasi noch ändern, ne. Deswegen nehmen wir es einfach mal Mario und starten mit dem, würde ich sagen, in dieses, ja, wunderschöne Display an. Anders kann man das nämlich gar nicht bezeichnen. So, aber erstmal zur Story. Willkommen im Blumenkönigkreis. Es liegt gar nicht weit entfernt von dem Pilzkönigkreis. Mario und die anderen folgen einer Einladung zum Prinz Florian. Jetzt haben wir hier auf einmal einen Prinz. Sehr interessant. Prinz Florian und reisen zum ersten Mal dorthin. Aha, okay, okay, okay. So, hey, hallo. Genau, die Pflanzen haben das Bra-Ausgabe. Heißt, ähm, man hört, was die sagen. Und so jetzt auch. Es ist halt für etwas Spaß. Und da ist so nur Itzi, der Pro. Oh mein Gott, sieht das Games schön aus, ne. Muss dann dieses da einfach mal wählen. Und da ist, ähm, die beiden Toads. Und Yossi mit Pete. Ja, heute gibt's viele Besucher, ne. Danke. Ach, das wird auch ein schöner Tag. Es wird auch so tolles Entzündnis werden. Das ist doch super. Ja, willkommen zu Let's Play Super Mario Bros. Wondern, ne. So sieht das Ganze nämlich aus. Aber was ist jetzt? Oh, was ist denn da? Das sieht mir ein bisschen böse aus. Aber nur gleich ein bisschen. War das nicht dieser fiese Bowser? Wie konnte er unsere Blumensloss und die Wunderblume stehlen? Unfassbar, dass dieser Kerl auf diese schlimme Art mit unserem schönen Blumensloss versmolzen ist. Damit darf Bowser nicht durchkommen. Gar nicht auszudenken, was er alles anristen könnte. Ja, aber zum Glück findet sich der Mario, ne. Der ist es bereit erklärt. Wie, du möchtest helfen? Vielen, vielen Dank. Damit komme ich gerne mit. Dann komme ich gerne mit und weise dir den Weg. Nur einen Augenblick. Ja, da sind wir drin. Perfekt. Ich finde die Grafik von GMS so schön. Ich glaube an dich. Ja, was wäre denn diese Blume, weil ich glaube, das ist viel zu wild, äh. Vor allem die Asprama-Ausgabe. Das ist viel zu wild. Welt 1, Röhren, Felsenwiese. Damit geht's also nun los mit Level 1.1 willkommen. Uh, grünlich reiß. Sagen. Let's go. Mit dem ersten Level. Ich bin gespannt. So, dass der Beginn ist, so. Das ist sehr schön. Ich habe nämlich damals auch so auf der Demo gespielt. So sieht's aus. Und los geht's. Ich will immer irgendwie A drücken und springen. Dabei geht das nur bei B. Das ist tatsächlich sehr komisch und ungewohnt. Was dem so ist, ne. So sieht's aus. So in die Röhre kann man rein. Und da kommt man auf der anderen Seite raus. Und findet's dann so eine Wundersblume. Die muss man eins haben. Ganz witzig. Witzig. Ich find's cool wie Mario immer seine, ähm, ja, Mütze da rausfisst aus der Röhre. Ein cooler Effekt. So, das haben wir aus der Gleis und Gruppe aufgeweckt. So, und hier gibt's das erste Item. Nämlich ein Elefant. Und jetzt, wenn wir, wenn wir, wurden wir nämlich ein Elefant. Und können mit Y das Item auch anwenden und alles zerstören, was einem hier in die Quere kommt. Ihr habt's gesehen. Vielleicht bekommst ich auch hier die Gumpas einfach ins Nevada-Season in der Art Welt. Ja, so sieht's aus. Tolles Wetter für ein Schleifchen. So, und hier haben wir noch ein Item. Das haben wir gleich im Petto, falls wieder was sein sollte. So, wir konnten aber auch, ähm, Wasser einseilen mit unserer Rüssel. Und das setzt uns die Gegensleudern. Ne, und da haben wir zum Beispiel das Skumpa-Toten. Und das im Moment jetzt ein bisschen, ähm, aus dem Gefäß setzen. Zerzerwild. So, jetzt will ich's da hoch. Perfekt. Ja, fristen ist das Wasser. So sieht's aus. So, jetzt könnte man hier zum Beispiel... Ne? Aber, ja, Pflanzen wie so ein Sees können wir damit sehr gut, ähm, ja. Ne? Hehe. Pfff, ist doch was Nettes auf jeden Fall. Ja, Seen ist das Game heute am 20. Seen. Ne? Ne? Es so. Festerwild. So, dann mal gleich noch ein Item im Petto. Oh, ne, das gibt nur Münzen. Aber auch gut, die werden nämlich noch nachher wisstigt werden. Kleines Spiel, lass mal da eingehen. Und was haben wir hier? Was ist denn das hier? Oh, ja. Damit kommen wir in den LSD-Modus. Das ist immer so wild. Ich hab's ja auch und damals in dem, ähm... Ja, an der Demo! Ja, so... Angespielt, den LSD-Spaß hier. Hab's ja mir nicht probiert. Das war sehr, sehr wild. Jetzt beginn die Röhren nicht auf einmal auch noch zu bewegen. Und jetzt wird's richtig Strains. Ich sag's wie es ist. Ja. Jetzt ist die Röhre weg und da kommt dann gleich zum nächsten Center, ja. Hier kann man super draus bringen, da sind wir nämlich auch hier oben. Und was passiert mit der? Die verpisst es wieder zurück, sehr schön. So, das haben wir hier zwei nicht geholt. Ich mach' kein 100%, aber wenn ich's irgendwie random sehe, dass da irgendwelche Teile noch rumstehen, dann nehme ich sie durchs auch mal ganz gern. Ich bleib' ich einfach stehen, um die alle einzusammeln. Dass wir nochmal ab 10 ein Secret gibt. Natürlich gibt's das. Und jetzt haben wir dieses Level beendet. Wird doch relativ gewonnen, dass sie nehmen können, dann hätten wir das auch beendet. Das wär's nur ein alternativer Weg, ähm, dieses Level zu wenden. Es hat doch mal sehr gut geklappt. Als, ähm, der Elefant beendet, perfekt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So muss das, so muss das. Prima, wundersam werden uns auf unserem Abenteuer sehr nützlich sein. Sammeln wir doch noch mehr. Ja, die sind tatsächlich eine sehr wichtige Sache, aber kann man nun erstmal so ein Piranha pflanzen zu der. Piranha, äh, Pflanzenparade. Und zwar uns die mal ein. Mit A muss man da drauf drücken, macht's ja auch Sinn. Ist ja ein Bonus. So. Während du während du laufst ins B... Was? Während du laufst ins B... Das ist ja irgendwie... Hat das nicht für Sinn gemacht, dieser Satz. Aber okay. So, okay, okay. Hier kommt es dann neue Sachen. Nämlich Pflanzen dieses... Wegen können uns hier da eine, äh, Feuerblume. Die bekommen wir bestimmt nicht ohne Grund. Damit kann man nämlich andere Gegner... Gegner einfach, äh, ja, platt. Machen, zack matt legen, wenn man so will, ne? Sehr schön. Bleibt mir bloß weg. Da die, äh... Das Gebot der Stunde. So, hier nehmen wir uns auch mal alles. Das Wichtigste ist natürlich ruhig zu bleiben. Und nicht den Stress, äh, auszuatmen. Egal, was passiert. So. Und sieh mal eine Ahnung. Das sind wir hinten. Das ist magisch zu sehen, wenn es diese Secrets gibt. So, hier haben wir zu dem Fall auch mal die Münzen ab. Ja, wie gesagt, ich bin nicht kein 100% Player, aber das, was man halt findet, ne? Wisst ihr, das findet man. Das hat man, wie zum Beispiel, das Ding hier. Und damit glättere ich mal wieder zurück. Und komm, Oren, da hinten wieder raus. Ja, so ist es aus. Da kann man doch entkommen, ne? Man muss das halt nur mal probieren, ne? Hier, da laufen wir eine Pflanzen, ne? Die haben wir aus. Meist eine Pflanze sind ganz normal. So sieht es aus. Okay. Wird auch eine eigene Nummer. So. Ähm, wer konnte hier, ja, ähm, auch random hier dran irgendwie. Das ging doch, glaub ich. Vielleicht ging es auch erst an die spätere Lehre, ich hab keine Ahnung. Irgendwann ging das mal, dass man irgendwie auch an der Wand entlang kann. Und dann nehm, ah, das war zu dumm, da hab ich nicht aufgepasst. Ey, ich wollte einfach nur aufs E-Komm. Nein! Boah! Da hat es jetzt gerade erst Glück gehabt. So. Und was haben wir hier? Sind wir wieder einmal, da ist dir wohl das, glaube ich, zu sagen. Muss man es immer machen, denn ich finde es eigentlich ganz witzig, wenn man ihn macht. Ne? Oh Gott, es wird gesungen. Okay, das ist so witzig. Es wird gesungen. Da geht es immer richtig im LSD Modus drin. Da, 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 da. Nein, 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 wartet! Da ist eins nicht eingesammelt, wurscht, passiert. Das ist ehrlich gesagt witzig, weil die so, ne, die, ähm, oh Gott, das Ding kam aus dem Nix. Sieht so harmlos aus, wenn ihr einfach nur da sind und singen. Das war ja ein Erlebnis. Das war ja ein Erlebnis. Das war ja ein Erlebnis. Sollte eigentlich nichts passieren, weil nächstes ist ein bisschen wieder verpisst. Jawoll. Ah, dann kann man so hoch springen. Damit kann ich, wenn ich es nicht richtig anstelle, sehr weit nach oben kommen. Was noch mal probieren? Oder halt auch nicht. Ah, ja, 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 überhauptsache, ne, ist, ähm, haupte Ziele, Ziele ist haupte, ne, das ist auch die Hauptsache, ei, 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 ei. Yeah! Thank you! Na, das war doch immer was. Prima, 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 ne? Dann haben wir auch gleich das erste Level-Beeren jetzt so was das. Yeah! So sieht es aus. Perfekt, perfekt. So! Und da, liebe Leute, geht es weiter und das wird es auch so tun im nächsten Part von Let's Play in Super Mario Bros. Wunder. Bis dahin sage ich danke fürs Zusehen. Macht's gut! Lass gerne einen Daumen nach oben da, falls das gefallen hat. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und so! og. Ou. Oh. Und so! Wow! Oh! 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 Vielen Dank.